Der Wettlauf um die Bevölkerung des Mondes hat begonnen. Als Leiter eines Forschungsteams wird dir die Aufgabe zugetragen, eine nachhaltige Mondkolonie zu errichten und die Erze, die ihr dort gewinnen könnt, zur Erde zu schicken. Koordiniere und versorge dein Team, sichere dir die beste Ausrüstung, meistere den Ressourcenabbau und behalte die Sauerstoffversorgung im Auge. Nur so kannst du die anderen Teams ausstechen. Bist du bereit, deinen Fußabdruck auf dem Mond zu hinterlassen? Finde es heraus in Luna Maris. Ab sofort in der Spiele-Schmiede.